hallo meine lieben ich habe heute ein paket aufzumachen und zwar von der nadine ich bin schon total aufgeregt ich hatte gestern nämlich einen gelben zettel in meinem briefkasten und weil ich nicht zu hause war ich habe nämlich bei ihr bestellt und die hat mir eben bei facebook so die hände leckerig gemacht dass ich da jetzt unbedingt reingucken muss weil ich wollte das ja eigentlich erst am abend machen wie es immer mache aber ich glaube das mache ich jetzt da mache ich das mal auf ich verlinke euch nachher den shop von der nadine weil ihr ganz ganz tolle und süße sachen dauert ja so dann mache ich das mal auf wenn ich etwas finde womit ich es auch machen kann nehmen wir mal die berühmte hier fimo ne ja einmal zweimal meine genau die habe ich gestellt das sind für meine plaks die ich mir selber machen will formen sehr gut zwei paar und dann haben wir das war aber nicht eingeplant jetzt weiß ich auch verwoben ja 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 geile sache ja 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 ich stehe so auf anker ne wie ihr glaub ich auch schon müsste wissen Voll geil, ich zitter gerade Ich weiß nicht warum, aber ich bin total aufgeregt Es ist einfach Es ist einfach Geil, dankeschön Sau geil Oh Gott Jetzt schwitze ich auch noch Ja, jetzt, ähm, Moment Dankeschön, Nadine Ich freue mich voll Es ist, es ist einfach nur Geile Sache Und da Da steht hab ich lieb drauf Es lieb dich Dankeschön Ja, ist das geil Ist das geil Hier Oh Gott, jetzt sind die süß Ich hab mir so kleine Fläschchen bestellt Und die sind so mini klein Hätte ich echt nicht gedacht, dass die wirklich so furzklein sind Wir sind vielleicht Ein Zentimeter hoch Vom Inhalt jetzt Putzig Kann man so kleine Hey, vielleicht kann ich die hier sogar an meine Plaks machen Das ist ein guter idea Davon hab ich zehn Stück gekauft Ja Ach Gott, die sind ja echt super super klein Ach Gott Und dann hab ich mir noch kleine Herzchen bestellt Auch so eine kleine Flaschen Die sind ja süß Die sind ja niedlich Auch voll klein Hier wie die Profis immer machen Ne, hier Zack Die sind ja süß Oh, hier so eins kleinen Anhänger Oh, ist das geil Mit Korken drin Jawohl Gut Nadine, dann weißt du Bescheid Dass wenn die aufgebraucht sind Dass ich wahrscheinlich noch welche bestellen werde Auf jeden Fall Die sind ja echt super süß, ey Ja, mehr hab ich glaube ich gar nicht bestellt Ne, hab ich nicht Nadine Mein Liebling I love you all All the time In my little life And, äh I freuen me sehr Über this one Ta-da-ta-da Hier, nochmal Profi, ne? So Yes Oh, ist der geil Na, Anker halt, ne? Also ich glaube Ich würde mir auch so Ich glaube so ein 3 Meter Anker an die Wand malen Wenn ich könnte Wenn ich einen Platz hätte Oder eine Wand frei hätte dafür Ey, Nadine Ich danke dir ganz, ganz doll Ich liebe dir Das Setsio Nose Ne? Und, äh Ja, ich verlinke auf jeden Fall Nadines Shop in der Infobox Under, under my video Und, äh Bestellt auf jeden Fall Es lohnt sich Mit Sicherheit Und, ähm Die ist super lieb Super nett Und, ja Ich bin total zufrieden Und ich freue mich voll doll Ich danke dir Mein Schatzilein Bis dann Tschüssi Tschüssi